Geil Spiel, Lukas. 3-0, locker. Jetzt zählen wir ein bisschen was dazu. Ganz easy heute. Ja, ganz easy war es nicht. Ich glaube, wir waren gut vorbereitet auf Dürren. Wir haben gut Druck im Aufschwert gemacht, wo Kraft wäre gut gestanden. Ich würde sagen, unser Spiel ist gut aufgegangen, was wir uns vorher genommen haben. Hat eigentlich alles funktioniert. Ja, diese Woche Pokal gegen Friedrichshafen. 3-1, 2-3-0. Ist überhaupt Luft noch nach oben? Immer. Immer. Was steht an jetzt heute noch? Schauen wir mal. Erst mal essen, was trinken und dann morgen ist es frei. Nächstes Spiel? Nächstes Spiel Rottenburg. Am Sonntag erst in der Woche. Das heißt bis zur Regenerationszeit und dann wieder eine harte Woche mit Training, dass wir gut vorbereitet sind auf die Rottenburg. Sehr schön. Ach, Danke, Danke, Danke! Bis zu satellites! Wir haben noch 1-2-1, 2-2-1, 2-1-1, 3-1, 3-2-1. Wir haben auch Drock, 9-1-2, 3-2-2, 3-2-1, wir waren slice aus. Ir großen, jetzt stehen wir mit 4-1 und 2.5-2, 3-3-2, und 2 имеien Untertitelung des ZDF, 2020